Hallo, werte Spieleflurzurfer! Hier mal wieder Amano mit einem neuen Let's Feedback Video. Ich weiß, das letzte ist ein bisschen länger her, aber die Zeit hat mir einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und naja, so gab es eine kurze Pause mit den Feedback Videos von, ja, ich glaube, einer Woche, anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen maximal. Aber ich denke, das ist auch verschmerzbar von euch. Dafür geht es heute weiter mit dem YouTuber und Let's Player BrilliBee. Und das kann man auch tatsächlich gut auf dem Cover Art lesen. Damit fange ich dann wie immer an. Hallo und herzlich willkommen! Schon mal eine Ansprache an den jeweiligen Zuschauer. Das finde ich ganz schön, das sieht man ja in Cover Arts tatsächlich sehr, sehr selten. BrilliBee ist der Name des Let's Players. Lässt sich auch unschwer erkennen. Ist das zentrale Element des Cover Arts. Das heißt, das Augenmerk liegt direkt auf den Namen gelenkt. Das ist schon mal sehr gut gemacht. Dann haben wir hier ein schönes Bild. Ist, ich weiß das gerade, ich kann tatsächlich gar nicht erkennen, aus welchem Spiel. Könnte Jack Keane sein. Könnte aber auch alles andere sein. Also ich kann es jetzt gar nicht irgendwie erkennen. Ist auf jeden Fall sehr verfremdet. Finde ich aber sehr schön. Sehr farbenfroh, sehr positiv. Das Hallo und herzlich willkommen musste hier mit einem Farbbalken unterlegt werden. Sonst wäre es in schwarzer Schrift nicht aufgefallen. Was ein bisschen schade ist, dass der Balken dann hier über dem eigentlich schönen Bild liegt. Aber das kann nicht verschmerzen. Es ist immerhin durchsichtig. Der Balken ist durchsichtig. Das BrilliBee hat ja auch nochmal einen Balken im Hintergrund. Der ist auch schön durchsichtig. Er glänzt. Das ist alles sehr schick. Was man auch sehr, sehr selten sieht auf Cover Arts, ist hier nochmal die extra Informationen in diesem Balken. Uploadplan und Google Plus und Twitter und Facebook. Hier klicken mit Pfeilen nach rechts. Und da haben wir es auch alles. Uploadplan, Google Plus, Twitter und Facebook. Ich persönlich finde das hier... Kann ich das markieren? Nein, natürlich nicht, weil es natürlich ein Bild ist. Am Manu, da hast du nicht mitgedacht. Auf jeden Fall finde ich das hier, wenn ich ehrlich bin, überflüssig. Ja, vielleicht gibt es total blinde Menschen, die darauf hingewiesen werden müssen. Ich finde es aber überflüssig, weil Uploadplan, Google Plus, Twitter, Facebook, das ist ja einfach hier immer. Das weiß auch jeder, der auf YouTube unterwegs ist. Und wenn er das sucht, dann findet er das auch. Aber ich kann es schon verstehen, warum es hier nochmal extra aufgeführt ist. Ich finde es halt trotzdem zu much. Avatar ist ein Foto von ihm. Passt... Ja, passt natürlich nicht passend jetzt zu dem Bild. Hätte er vielleicht direkt hier als wanted, als gesucht, Poster machen können. Aber trotzdem zeigt er sich schon mal real. Macht ja auch nicht jeder. Finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. All in all, würde ich sagen, das Cover-Art, muss ich sagen, gefällt mir wirklich richtig gut. Wie sieht es sonst aus von dem Design des Kanals? Wir haben hier dann, wie immer, was man als nächstes sehen soll. Ich habe den Kanal abonniert, deswegen sehe ich hier keinen Kanal-Trailer. Hier gibt es grandiose LPs. Er verlinkt andere Let's Player. Dafür natürlich auch, wie immer, Daumen hoch. Ich finde schon, dass man das machen sollte. Gerade als Let's Player, äh, Let's Player, Let's Kleiner Let's Player, mhm, als kleiner Let's Player sollte man sich zusammen mit anderen kleinen Let's Playern immer gegenseitig unterstützen. Ich habe bei mir auch sehr viele Let's Player gefeatured. Er hat auch nicht nur die hier. Wenn ich auf See All klicken würde, das sehen wir ja nachher nochmal, dann sieht man, dass er wirklich ganz viele andere Let's Player featuret. Dann haben wir die Uploads in Blogform. Brillibout, Minecraft, FTP, Monster, nebeneinander, mit einer Beschreibung der Playlist. Wunderbar. Auch das leider heutzutage immer noch quasi seltenheitswert, aber ich finde es halt total schön, wenn Playlisten Beschreibungen haben. Let's Player, Assassin's Creed 4, Black Flag, nebeneinander, Tropico 5, nebeneinander, aktuelle Projekte, nochmal die drei gerade genannten und abgeschlossene Projekte und geliked Videos. So, das ist an sich ganz nice. Trotzdem habe ich natürlich ein bisschen was zu mäkeln. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht am Anfang mit meinen Feedback-Videos. Man kann natürlich sagen, gut, das hier, die Uploads in Blogform, alles andere nebeneinander, ist jetzt nicht besonders störend, wenn das hier in Blogform ist. Und ich würde das tatsächlich unterschreiben. Besonders störend finde ich es in der Tat nicht. Ich finde es trotzdem minimal störend. Ich persönlich. Ich persönlich hätte mir halt gewünscht, dass alles gleich ist. Aber ich habe ja jetzt auch sehr viel Feedback auf mein Feedback bekommen und habe festgestellt, dass den meisten Leuten das doch ziemlich Wumpe ist, solange das nicht wild durcheinander ist. Weil einmal am Anfang hier so ein Blog ist und danach alles nebeneinander, scheint es die meisten nicht zu stören. Was mir nicht so gut gefällt, ist, du hast dann hier diese drei Playlisten angegeben und es sind auch deine aktuellen Projekte. Wenn du nur diese drei Projekte hast als Playlisten, dann würde ich diese Sektion aktuelle Projekte rausnehmen, weil das erscheint mir einfach doppelt gemoppelt zu sein. Wenn demnächst dann aber noch ein viertes oder fünftes aktuelles Projekt gleichzeitig läuft, dann würde ich mir überlegen, ob du die Playlisten nicht rausnimmst. Weil du featurest es momentan zumindest wirklich doppelt. Du hast hier dieselben drei Projekte, die du hier auch featurest. Das finde ich einfach zu viel. Abgeschlossene Projekte finde ich auch schön, dass du die Sektion extra eingebaut hast. Ich hätte, glaube ich, sogar ich persönlich, die Sektion weiter nach oben gesetzt, also vor diesen Listen, damit potenzielle neue Abonnenten auch sehen können, was du alles machst und dass du ziemlich viel auch machst, gerade bei abgeschlossenen Projekten. Und man nicht immer, nicht direkt halt, ich gehe nochmal von oben runter, so, direkt die Playlisten sieht. Liked Videos kann man hier auf jeden Fall hinknallen, warum auch nicht, ist immer schön zu wissen, was du dann so auf YouTube magst. Liked Videos führt uns zu den Videos und dann natürlich zu den Thumbnails. Das ist das, was wahrscheinlich immer und immer wieder die größte Uneinigkeit in meinen Feedback-Videos hervorruft. Wir schauen uns erst einmal an, wie aktiv der Kanal ist. Wo hört die letzte Woche auf? Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, vierzehn Videos in einer Woche. Und es sieht auch in dieser Woche so aus, dass du mit nichts dahinterher stehst. Da du den Kanal komplett alleine machst und eben scheinbar jeden Tag es schaffst, zwei Videos zu machen, finde ich das sehr viel. Also es ist ein sehr aktiver Kanal und du musst, ich würde dir einfach als Tipp mitgeben, pass auf, dass du nicht ausbrennst. Solange dir das alles Spaß macht und du super engagiert dabei bist, ist alles perfekt. Pass aber auf, dass du dich nicht übernimmst. Bei momentan drei Projekten gleichzeitig finde ich auch, dass du nicht zu viel machst. Obwohl du zwei Videos am Tag raushaust, ist es nicht zu viel. Man kann nämlich, weil es nur drei Projekte sind, sehr gut den Projekten folgen. Wie sind die Thumbnails gemacht? Tropico hat immer denselben Thumbnail. Klar, es ändert sich die Folgennummer, also legt mich da jetzt nicht zu sehr auf die Wortbedeutung von demselben fest. Brilli baut. Eigentlich hätte ich gerade gelesen, Brilli boot. Brilli brut. Meine Fresse, Armano. Brilli brut. Aber es ist nur noch Brilli baut. Auch immer dasselbe. Und Assassin's Creed, Black Flag, immer dasselbe. Jetzt, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Die Art und Weise, wie Brilli seine Thumbnails macht, so mache ich meine Thumbnails auch. Das ist die Vorteilsart und Weise für diese Grid-Übersicht. Für diese Seite auf dem Kanal. Ich persönlich bin mittlerweile tatsächlich der Meinung, wenn man, dass diese Art von Thumbnails, immer dasselbe Thumbnail, nur für diese Seite gut ist. Und wenn man dann tatsächlich, als ich ein Video anguckt und rechts neben dem Video andere Thumbnails hat, dass es da hinderlich ist, immer dasselbe zu haben. Ja, ihr könnt mal sehen, auch der Armano ändert während einer laufenden Let's Feedback-Serie seine Meinung. Als ich angefangen habe mit den Feedback-Videos, war ich ein konsequenter Verfechter von gleichen Thumbnails. Und ich habe unterschiedliche Thumbnails wirklich konsequent abgelehnt. Das hat sich geändert aufgrund eures Feedbacks zu meinem Feedback. Da habe ich nämlich drüber nachgedacht. Und ich muss zugeben, ihr habt da schon recht mit dem, was ihr gesagt habt. Die Thumbnails an sich finde ich total schön, die Brilli baut. Sie sind alle total hell, total positiv. Man kann den Namen des Spiels erkennen, die Folgennummer, hier Namen des Spiels. Das ist Minecraft, das ist auch ganz klar. Aber ich finde, wenn, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob Brilli seine Thumbnails oder das Cover-Art selbst gemacht hat. Wenn ja, hast du richtig ein Händchen für Design. Ich finde das richtig schön, was du machst. Also vom Design her, Cover-Art und Thumbnails. Endgültiges Fazit kommt ja erst später. Playlisten. Hier sind nochmal alle Playlisten aufgeführt. Das heißt, wir können sehen, was er alles so gemacht hat. Da ist ja doch einiges auch zusammengekommen dafür, dass er seit Anfang 2014 erst Let's Player ist. Das heißt, noch nicht mehr seit einem Jahr. Gibt es auf jeden Fall einiges an Content. Wir sehen auch, die Playlisten sind ziemlich gut gefüllt, die aktuellen sowieso. Aber auch die vergangenen 22, 24, 32, 40, da ist auf jeden Fall was drin. So, Kanäle. Hier gibt es grandiose LPs. Da haben wir auch mit Gerogon wieder einen großen... Oh. Mittlerweile sehe ich gerade das Gerogon tatsächlich schon bei 7000. Aber Gerogon ist doch einfach ein Typ, den kann man auch nochmal featuren als großen Let's Player. Ansonsten fast ausschließlich kleine Let's Player. Und noch 8 weitere. Wollen wir mal eben den Blick drauf werfen. Denn ich dachte mir das schon und wollte auch an deiner Stelle einmal sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich hier featurest. Das wusste ich nicht, aber ich dachte es mir. Und deswegen an dieser Stelle vielen Dank von meiner Seite aus an dich, dass auch ich dabei bin. Und ich finde es halt total schön, dass er so viele kleine Let's Player featuret. Kanal-Diskussionen. Ich sortiere mal eben. So, alles wie es sein soll. Hier findet viel statt. Brili antwortet jedes Mal. Auch hier. Es entwickeln sich Diskussionen, wie man hier auch sieht. Dafür ist ja auch die Seite da. So ist sie auch genannt. Und sehr aktiv und so weiter und so fort. Hier sehen wir jetzt, vor vier Monaten hast du das quasi noch als Feed benutzt. Ich nehme an, dass du noch nicht auf Twitter warst. Das ist vorbei. Und ich, weil ich weiß ja, dass du jetzt auf Twitter bist. Ich nehme an, dass du diese Diskussion auf Twitter verlegt hast. Da, wo sie auch hingehört. Und das eben tatsächlich als, ja, als, als Kanal-Diskussionsseite benutzt. Und dass du jedes beantwortest, ist wunderbar. Und hier haben wir das erbaut. In meinen Augen nach wie vor die zweitwichtigste Seite. Sehr schön, dass du deine Zuschauer direkt persönlich ansprichst. Hallo, liebe Let's Play-Gemeinde. Dann schön, dass du dich hier verirrt hast. Das ist auch nochmal eine Ansprache quasi. Das ist jetzt eine indirekte, aber eine direkte. Von daher alles sehr schön. Dann hier sagst du ganz kurz, wer du bist, wie du heißt, wie alt du bist, seit wann du Let's Plays machst, wieso du Let's Plays machst, was du am liebsten spielst, was du nicht so magst. Gehst raus mit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß hier, was ich total sympathisch finde. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie in Diskussionen, schreibt sie in die Videos. Oder hier ist seine E-Mail-Adresse. Also ich finde es ein total schönes Erbau, total sympathisch. Passt auch zu diesem fröhlichen Cover-Art, was hier drüber ist. Verlinkt ist hier nochmal extra. Nicht nur das, was hier oben ist, sondern zusätzlich nochmal ein... Das Let's Plays.de-Forum, doch kein fester Thread. Das Let's Play-Forum, nochmal extra verlinkt. Hier steht, seit wann du da den Kanal hast, aber Let's Plays machst du erst seit Anfang 2014. Hier haben wir es nochmal, deswegen lassen wir uns mal hier von dem Datum nicht irritieren. Ich finde ein sehr aufgeräumter, sehr sympathischer, sehr angenehmer und sehr strukturierter Kanalauftritt. Finde ich alles richtig, richtig toll. Und jetzt schauen wir uns dann auch einmal an, ob ich denn seine Titel und seine Videobeschreibung genauso toll finde. Bei den Videos sehen wir hier schon das rote HD. Und das haben wir hier auch. Das heißt, die Videos sind mindestens in HD-Ready verfügbar. Wir schauen bei Tropico 5 einmal, welche Auflösung wir haben. 1080p, Full-HD, so wie es sein soll. Und das zeige ich euch jetzt nochmal extra, denn hier für Minecraft gibt es ein doppeltes Sternchen. Das Video ist nämlich nicht nur in 1440 Punkten verfügbar, sondern sogar auch in 2160 Punkten, also in 4K. Das ist natürlich eine super, super Zusatzleistung. Ich bin immer noch der Meinung, das ist nicht notwendig. Denn wer hat schon wirklich 4K-fähige Geräte zu Hause stehen? Ich glaube wirklich weltweit, dass es weniger oder höchstens 5% aller Menschen sind, die auf YouTube unterwegs sind. Von daher halte ich das, es ist zwar toll, wenn man es macht, aber ich halte es momentan noch für unnötig. Ich finde jetzt die Titel tatsächlich noch nicht optimiert, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin der Meinung, dass definitiv der Titel des Spiels einen anfangen muss. Das wäre ja hier Minecraft. Ich finde es auch nicht so schön, dass du hier das alles in Großbuchstaben hast. Davon fühle ich mich einfach ein bisschen angeschrien. Gerade weil die Informationen hier hinten jetzt auch nicht die wirklich super wichtigen sind. Plus, ja es ist HD, aber es ist auch Full-HD. Also warum schreibst du da nicht gleich Full-HD hin? Weil viele Leute mittlerweile ja auch nach Full-HD suchen auf YouTube, weil man sich alles andere, verpixelte, gar nicht mehr angucken will. Hier bei Let's Play Tropico 5 ist zwar Tropico 5 als Spielname relativ weit vorne, aber als erster steht Let's Play. Das würde ich auch weiter nach hinten setzen. Es ist wichtig, dass es vorkommt. Das ist vollkommen richtig. Aber es ist doch eigentlich wichtiger, der Name des Spiels, Tropico 5. Damit sollte auch der Titel eigentlich beginnen. Ansonsten finde ich schön, dass du das kleine Gedankenstrich, den Folgentitel trennst und dass du generell extra Informationen angibst. Nur wie gesagt, ich würde hier tatsächlich gleich Full-HD machen, statt nur HD. So, wie ist die Videobeschreibung? Ich schiebe das mal wieder beides parallel. So, er hat auch schon angegeben. Hier Tropico 5 soll ich nicht so wirklich drauf schauen, weil Tropico 5 noch nicht mit der neuen Videostablone läuft. Das heißt, er hat selber gemerkt, dass da ein bisschen was optimierbar ist. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal hier drauf, auf das Minecraft-Video. Das heißt, wir haben als allererstes hier eine kleine Einleitung im Fließtext. Direkt zur Folge. Dann haben wir eine Einleitung in Fließtext zum Projekt. Infos zu Minecraft mit ausgehenden Links. Infos zu den Mods, die er installiert hat, mit ausgehenden Links. Dann kommentiert das Gameplay von Brelebi. Aus welchem Jahr? 2014. Alles auf Anfang scheint die erste Folge zu sein, nehme ich an. Die Liste dürfte in die Playlist zu sein. Und deine Social Media Profit der Twitter, Facebook, Google Plus und abonnieren. Denn drin ist alles, was drin sein muss. Ich würde die Reihenfolge aber ändern. Ich würde halt nicht mit einer... Ja, du wirst jetzt wahrscheinlich die Stehlenrunzel, wenn ich sage, unwichtigen Informationen anfangen. Weil dieser Fließtext ja genau die Folge beschreibt. Trotzdem finde ich es wichtiger, dass du da... Also, du hast da alles drin. Du müsstest nur noch mal ein bisschen an der Reihenfolge schrauben. Und zwar hinsichtlich Optimierung auf SEO. Also Search Engine Optimization. Warum? Am Anfang wäre es halt ganz cool, wenn da noch mal direkt hier, direkt hier, ja, wo jetzt das Wort da steht. Dass du da vielleicht mit dem Titel des Spiels anfängst. Oder notfalls hier mit kommentiertes Gameplay von PrettyBee. Oder auch mit deinen ganzen Social Media Profilen. Link zur Folge 1, Link zur Playliste und so weiter und so fort. Das hier ist auf jeden Fall für deine Zuschauer wichtig. Gar keine Frage. Aber leider für YouTube komplett unwichtig. Deswegen würde ich das nach unten ansiedeln, nach unten hinsetzen. Wenn YouTube geht einfach nach wie vor davon aus, dass das, was als Erste steht, für den YouTube-Sucher-Algorithmus das Wichtigste ist. Gott, das habe ich mich immer ganz oft verhaspelt, wa? Als Hinweis dazu. Wenn ihr auf meinen Kanal Spieleflut geht, dann findet ihr dort in der Playlist der Podcasts auch vier Videos zu den YouTube-Ranking-Faktoren. Dann habe ich nochmal Zeit, ein bisschen deutlicher und auch mittels eines Schaubilds darauf einzugehen, was hier für die Beschreibung wichtig ist. Unterm Strich. Alles, was drin sein muss, ist drin. Ändere aber nochmal die Reihenfolge. So, wie sieht es mit Kommentaren aus? Du bekommst Kommentare, du antwortest auf Kommentare. Und bei beiden. Alles so, wie es sein soll. Also auch dafür, da kann ich überhaupt nichts meckern, da kann ich überhaupt nichts weiter schlecht reden. Das ist alles schon sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir uns natürlich gemeinsam die Videos an von BredeBee, ob die auch genauso gut sind. Selbstverständlich geht es um diese zwei Videos, die ihr bereits gesehen habt. Das sind die beiden Videos, die ihr mir angegeben habt. Und daraus zeige ich euch jetzt jeweils zwei Minuten, die meiner Meinung nach entweder die besten zwei Minuten des Videos sind oder aber den Let's Player BredeBee am besten zeigen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5! Tropitschkovic! Ja, ich bin gut gelaunt hier. Wir machen die Zeit an und fangen direkt an. Wir waren stehen geblieben. Ja, wir hatten in der letzten Folge hier unsere neue, äh, ja, unsere neue Rum-Industrie, äh, an den Start gebracht. Das Zuckerrohr wird angebaut. In letzter Zeit waren die Arten verkatert und hatten keine guten Einfälle. Ist ja gut. Wir haben das Rad erfunden und damit, äh, wohl die Fahrzeugfabrik. Äh, aber jetzt gucken wir mal gerade. Hier ist die Rum-Destillerie. Die ist also jetzt in Betrieb. Sehr schön. Da, äh, müssen wir gucken, ob bis dahin der Strom kommt. Ach ja, stehen auch Walen an, wie ich gerade merke. Was geht denn hier für eine Karawane da entlang? Wo kommen die denn her? Ach, das sind wahrscheinlich Einwandere gewesen, wa? Hahaha. Die können jetzt erstmal schön bis ins Dorf wandern. Hahaha. Die sind aus dem Hafen, kommen die wohl. Naja, ähm. Ich bin so wütend. Ich kann nicht... Alter, nicht schon wieder. Ja, wir haben in letzter Zeit sehr viele Rebellenangriffe, muss man doch mal sagen. Zum Glück haben wir einiges an Militär vorhanden. Wow. Jetzt ist aber... Ich guck gerade hier so lang und dann seh ich hier so ganz viele. Ihr kämpft wie Waschlappen. Äh, ja. Vielleicht sollten wir demnächst doch mal ein bisschen mehr nach unser Militär aufforsten. Ähm. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir 70% Beliebtheit. Das ist krass. Das ist viel. Das gefällt mir. So, jetzt wollte ich mal gerade gucken. Nein, Strom reicht nicht bis zur, äh, Destillerie. Das heißt, wir müssen mal hier... Ah, das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Äh. Na gut, warten wir lieber erstmal, bis das fertig ist, um genau zu sehen. Nicht, dass wir hier was Überflüssiges bauen. So, oh, hier ein Flieger. Unser erster Flieger hier. Hallo, Tropico, Tropitschkowitsch im Anflug. Hallo, hier spricht der Käpt'n. Wir landen gleich in Tropitschkowitsch. Machen wir uns gerade noch ein neues Schwert. Das geht nämlich auch bald kaputt. Oh, das muss ja nicht sein. So. Da geht's denn schon wieder los. Da geht es schon wieder los. Komm her. Einen Zombie-Arsch. Es wird halt unbedingt, es wird unbedingt Zeit. Nein, es ist an der Zeit, ne? Es ist halt auch noch, es gibt Bugs, wie ihr seht. Ähm, es ist halt unbedingt an der Zeit, irgendwie für Nahrung zu sorgen. Ja, ich weiß, hinter mir sind Zombies. Aber ich will hier erstmal ein bisschen wenigstens linksrum ausleuchten. Ach, wie gesagt, die Blätter kann ich nicht stellen. Okay. Äh, damit wenigstens ein bisschen weniger gespawnt wird. Ich hab' ja auch auf Hardcore gestellt, deswegen ist das auch hier so enorm viel, was hier ist. Oh je, jetzt wird's aber hier, jetzt wird's aber bunt. Kommt auch noch ein Bogen, Schütze. Alter, was ist hier los? Wo kommt ihr denn her? Ich hab' gerade überall Fackeln hingestellt. Ja, fuck. Ich hau' ab. Alter, was ist da los? Das Schwede schon kaputt und das ist auch schon wieder. Alter Schwede, ey. Da hätte ich doch nicht auf Hardcore stellen sollen. Wir sporten ja hier wie die Scheiße. Boah, ich bin aber hier auch ein schlechter, ey. Aber lebt ja nix. Siehste, da geht's los, ey. Jetzt geht's los. Da kommt er. Der Monsieur. Nicht hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier! Nein! Warum? Warum? Dieses blöde Arschloch. So, und zurück von den Videos von BrilliB. Mein Feedback versuche ich wie immer in zwei Sachen zu teilen. Erst einmal die technische Sache. Dann mein Feedback oder meine Meinung zu seinem Kommentierstil. Zu der technischen Sache. Ich fand, dass deine Stimme ein wenig dumpf klang. Das kam vor allen Dingen bei dem Minecraft Let's Play rüber, bei dem Tropico nicht ganz so sehr, aber ich fand sie ein bisschen dumpf. Ansonsten hast du am Anfang deiner Videos bei deiner Begrüßung ist es so, dass du mini-mini-minimal übersteuerst. Aber das fällt auch eigentlich nicht ins Gewicht und deswegen ist es auch nicht schlimm. Also da musst du eigentlich nichts groß dran ändern. Trotzdem übersteuerst du ein bisschen. Bildqualität war top, kann man nichts zu sagen. Ansonsten war die Abmischung zwischen Spielsound und deiner Stimme bei Tropico absolut in Ordnung. Bei Minecraft fand ich die Musik, das Gedudel, doch ein bisschen zu laut im Vergleich zu deiner Stimme. Das hätte ich also ein bisschen reduziert. Hintergrundgeräusche oder sonstiges hatte ich nicht vernommen. Von daher wirst du sicherlich mit einem echt guten Mikro aufnehmen. Ich hatte jetzt auch nichts irgendwie hinsichtlich P, T, SCH oder sonstiges gehört, was mich groß gestört hat. Also ich weiß nicht, ob du einen Plop-Schutz extra mit dabei hast, aber Sprachqualität war absolut okay. Du hast eine sehr angenehme und eine sehr schöne Stimme, wie ich finde. Von daher konnte ich dir sehr gut zuhören. Und es hat auch nichts geruckelt, es waren keine Schlieren da. Du renderst also in der genau passenden Frame-Anzahl zu deiner Aufnahme. Technisch, bis auf die minimalen Kritikpunkte, die ich genannt habe, war das also tiptop. Stimme war auch schon ein ganz guter Punkt, eine ganz gute Überleitung zum Kommentierstil. Denn ich kann dir auf jeden Fall über einen sehr langen Zeitraum entspannt zuhören. Das liegt auf der einen Seite an deiner Stimme selber und auf der anderen Seite, wie du deine Stimme einsetzt. Ich finde nämlich, du setzt deine Stimme wirklich gut ein. Da ist alles drin von Emotionen zeigen, Wellenbewegung, Ansprache, Lautstärke, deutliche Aussprache. Du arbeitest mit deiner Stimme wirklich gut. Da würde ich mir von der Stimme her tatsächlich nichts anderes mehr wünschen. Das ist, ja, das ist, wie soll ich sagen, da geht es nicht besser. Das ist wirklich sehr gut. Von deiner Art her allerdings bin ich mir nicht sicher, welchen Brillibi ich in welchem Video wirklich gesehen habe. Ich habe jetzt bewusst aus dem Minecraft-Video diese Stelle genommen, die auf der einen Seite zwar zum Schluss nochmal sehr stark dich mit Emotionen zeigt, auf der anderen Seite aber habe ich mir das gesamte Minecraft-Video angesehen. Und in dem gesamten Minecraft-Video bist du sehr anders als in dem Tropico-Video. Mir war diese Fröhlichkeit, das ist das passende Wort, dieser Spaß, diese Freude am Spielen, die bei Tropico rüberkam, zu viel. Und sie wirkte für mich aufgesetzt. Es kann sein, dass ich dir damit Unrecht tue. Es kann sein, dass du wirklich so eine Frohnatur bist. Das kann durch das alles sein. Aber mir war das trotzdem too much. Ich hatte das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass bei Tropico auf jeden Fall von deiner Freude, die du während des Spiels hattest, relativ viel gespielt war. Das muss nicht zwingend schlimm sein. Man kann als Let's Player auf jeden Fall bei seinen Videos schauspielern. Aber ich bin der Meinung, nur zu einem gewissen Rahmen. Nämlich so, dass es nicht auffällt. Und wie gesagt, ich kann dir Unrecht tun. Vielleicht war tatsächlich gar nichts geschauspielert. Vielleicht bist du so eine Frohnatur. Und ja, dann ist es halt einfach für mich ein bisschen zu viel gewesen. Solltest du aber tatsächlich geschauspielert haben, sollte das also von dir gefaked gewesen sein, dann war es zu viel. Dann hast du zu viel an der Stellschraube gedreht, weil es mir nämlich als aufgesetzt rüberkommt. Also zumindest für mich so rüberkommt. Und ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Wenn andere Leute auch der Meinung sind, dass du fakest, dass es aufgesetzt ist, dass es unnatürlich ist, das ist natürlich jedes Let's Players Tod. Ansonsten fand ich aber von deinem Kommentierstil tatsächlich alles richtig, richtig super. Bis auf diese Fröhlichkeit halt. Das ist das Einzige, was ich zu meckern hätte. Ansonsten finde ich alles das, was du als Let's Player tust, richtig, richtig klasse. Und habe deswegen kaum... Was heißt kaum? Ich habe überhaupt keine Sachen, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Was du besser machen solltest. Was du anders machen solltest. Bis auf das, was ich schon gesagt habe. Ich fand jetzt hier nichts, was mich gestört hat. Ich fand nichts, was ein Fehler war, was ich zu begritteln hätte. Ist vielleicht für dich jetzt ein bisschen blöd, weil du für dich als Feedback vielleicht mehr Kritik erwartet hättest, um was zu ändern. Aber ich habe einfach nichts, was mich stört. Und deswegen, bis auf diese Fröhlichkeit, die vielleicht sehr subjektiv ist, bis auf die Tatsache, wenn du tatsächlich fakest, dass du dann übertreibst, sodass es aufgesetzt wird, wirkt bis auf das, finde ich, ist der Kanal von Brillibi ein wirklich richtig toller Kanal, der mehr Abonnenten verdient hätte als die, ich glaube 89 waren es, guck doch mal nach, als die 89, die er hat. Wenn ihr also derselben Meinung seid, wie ich auch, dann hüpft doch bitte direkt sofort auf seinen Kanal rüber und klickt hier auf Abonnieren. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert auch bitte meinen Kanal gerne. Und wenn ihr selbst Let's Playerin oder Let's Player seid und auch ein Video Feedback haben wollt für euren Kanal, für euren Kommentierstil, dann schaut ebenfalls in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen Link zum Let's Play Forum, da könnt ihr dann die Schablone ausfüllen und irgendwann seid auch ihr dran. Ja meine Lieben, ich hoffe ihr habt einen angenehmen Let's Player kennengelernt für euch, einen neuen Let's Player für euch kennengelernt. Ich hoffe, dass Brillibi ein paar Abonnenten durch dieses Video bekommt und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, euer Amano. Bis zum nächsten Mal.